hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play nerim wir gehen den kapitän von diesem komischen plünderer schiff suchen und dafür müssen wir außerhalb des dorfes gut eine hütte in der nähe von wellenfels wir hatten uns nicht viel übrig als uns einfach mal umzugucken ob irgendwas los ist sein sollte jetzt fange ich doch gerne mit der außerhalb des dorfes also hier steht eine hütte außerhalb des dorfes man kann das mal ausprobieren sag ich mal so das liegt schon ziemlich danach aus abgelegenes haus das ist auf jeden fall nichts hier rein da ich weiß doch gar nichts von gold und auf mein gefährlicher und gefährlicher die hat man nicht freudenerz ist ja ich will mal gucken ob es hier schon wieder so ein porno buch ist ne irgendwie so ein komisches korrbuch auch gut gut gefälligte piraten fragen mich noch das war gold wohnen typen mir raus da 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 war nicht so toll Stahlstreitkolben, nehme ich gerne mit, nehmen wir auch mit, wenn es mal einen Stahlstreitkolben an, wenigstens hätte er einigermaßen eine Texture, ne, sieht jetzt auch nicht so geil aus, aber wenigstens hätte er eine Texture, kann man gut kämpfen, kann man da eigentlich immer noch Fresse geben, hilft mir schwerer zu blocken aus, nehmen wir mit, jetzt hier gehen, brauchen wir eben nicht, absolut nicht, Stummverstahler, ich brauchen wir auch nicht. Oh Sasai, was denn, seid ihr auch Piraten, legen wir schon ab, werden meine Navigationsgünste gebraucht, wir sollten los machen, oder? Captain Blei, ihr seid ja noch betrunken. Na ja, also wir wollen's mal nicht überstrapazieren, Jungchen, müssen so ein bisschen, ähm, angeschwipst, mehr nicht. Na, wie auch immer, mein Schiff wartet auf sein Herrchen, leider will es nie kommen, wenn ich's rufe, dann muss ich ihm mal selbst hingehen, also los jetzt, ihr faulen Landraten, ich nehm' euch auch mit, wenn ihr wollt. Das wäre ziemlich nice, wenn er uns mitnehmen würde. Ja, das können wir zurück zum Schiff bringen, der folgt ja uns, oder? Wie soll denn so einer ein Schiff führen? Es wäre ja ein Wunder, wenn er überhaupt das... Ja, also dann kann er mal ein Schiff führen. Ist besser als gar keiner, außerdem, ich glaub' von den ganzen Spassis da, äh, ist nie jemand überhaupt unter 2 Promille. Wenn ich bei dem ersten Mart Christian angucke, das ist zwar ungefähr ein Beispiel für die ganze Truppe. Und wir Gold und Schätze holen wir der Röder im Frimmbrot. Freibeuter sind wie Gold und Schätze holen wir der Röder, das ist meine Aussage. Und keine Piraten, oder meine Lieben? Na sag' ich doch. Unsere Flotte setzt sich in Marsch und zwischen den anderen Schiffen in den, hm, hm, jetzt hab' ich den Text vergessen, Herr Schatz, komm' da. Dann hoffen wir, dass der sicher am Schiff ankommt. Gut. Arsch kann man schon mal vergessen. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich glaub', der kommt schon sicher am Schiff an, ne? Da kann hier näherem nicht so ganz, äh, trocken nachstellen. Deshalb sieht der ziemlich sicher aus. Gut, machen wir das mal, ne? Ähm. Da muss man schneller kippen bleiben. Jetzt muss ich mir in meiner schwulen Rüstung hierher noch einen abfrieren. Aber echt, da kann nicht, da kann eigentlich nicht normal sein. Weil, also normalerweise wechselt das Oblivion automatisch. Also Männer kriegen normale Beinschienen und Frauen kriegen halt so ein komisches Kleid. Egal bei welcher Rüstung eigentlich. Eigentlich. Aber, keine Ahnung. Okay, Käpt'n Blei ist leider der Bessie angekommen. Die Reise kann nun übergehen. Endlich. Wie dumm kann man sein. Und die beiden Kleinen hier kommen mit, weil sie so nett zu mir waren. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Hau doch ab! Scheiße, muss wieder nach oben. Wenn der jetzt ohne mich abfährt, dann wird ein bisschen Scheiße. Wieder ab aufs Schiff. Wie kommt ihr mir? Folgt die Mädchen nicht oder halt? Ist mir ja auch scheißegal. Die wird mir schon folgen. Find ich ist es auch nicht das Ding. Du musst jetzt navigieren. ja habt ihr es also doch geschafft na glückwunsch wenn man auf nach stormwind würde ich sagen und der deck mit euch wird eine lange fahrt vor der stoner gesicht unterdecken mit euch ja kommen wir sind hier bei euch unterdeck da okay ist ja da was gibt's denn nix seit der lange fahrt habe ich gehört unterdeck oder was kapitäns kapitän glaub ich ab und unterdeck sollten so lange der bessie warten bis wir halten blablabla ja gut das gefällt mir ja schon mal das gefällt mir echt mit meinen schwulen beinschienen wie scheiße das einfach noch aussieht boah wie scheiße das aussieht ja ich hab ja nix gegen schwule beinschienen an sich aber das sieht echt mega scheiße aus boah ich glaub hier sollten wir sogar pennen können komm lass einfach mal geh mal weg da ey können wir sowieso nicht viel machen also naja ja mit ausgang auch geil warten wir mal einen tag lang und dann sind wir irgendwann mal nach wenn angekommen oh 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 schönen tag lang pennen ist auch mal was na ist nice so leute das reicht doch so die bestheit aufgehört zu schwangen anscheinend empfangen gekommen netze netze komm ok ok spasti so da bist du ja landrattenpack landrattenpack ok wenn du jetzt sagst muss ich ja stimmen ich finde das richtig geil wie der mit so einem gefakten norddeutschen akzent spricht aber jetzt echt gefakt das merkst du ja alter wir sind den arkland das ist echt angezeigt unter karte wie geil ist das hier mitte wie geil das ist haha aber das ist echt klein ja klar das meiste davon ist ja untergegangen die versuchende lande ist noch storm vent storm vent na gut und war ab ne ich will keinen angrund wenn wir schon angrund halten die müssen wir nicht mehr reden was würdest du sagen so meine lieben das ist also advent rechte hand geht's in die alte hauptstadt linke hand äh nur woanders hin geht's hin wo ihr wollt wir gehen nach links irgendwann wenn es probleme gibt findet ihr uns äh ja irgendwo links eben uns rüttelt nicht zu lange rum irgendwann legen wir auch wieder ab gut irgendwo ach irgendwann links rechts dieses land ist so verwirrend gut äh ja bitte was kann ich für euch denn ja bitte was kann ich für euch denn da wollte mich auch nicht wirklich im wundern ist aber gut ja was was nee 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 so einfach geht das hier nicht ne irgendetwas vor dann kaufe ich gerne ab noch irgendwas und ich überlege gar nicht brauche ich komm jetzt mit 360 goldstücke kostet ist mir scheißegal ähm dann gucken wir eben damit der Rüstung nicht funktioniert das ist so gay das ist so verdammt gay hast du nicht irgendwelche anderen beiden stehen es ist mir scheißegal ob das Stahl oder Eisen ist ich will auf jeden Fall das hast du nicht ne was möchtet ihr kaufen was möchtet ihr kaufen was haben wir ach kann er den ja nicht weg Stahlkurzschwert ach komm lassen wir mal eben verkaufen Runen, Rüstung bauen sowieso nicht mehr Stahlschild lass ich mal ganz meinetwegen haben und sonst ach kommt dieses komische Freudenjahr jetzt boh dann auch scheißegal so alt meinetwegen haben ja ne gehen wir mal da rein ach da sieht hier jetzt wenn es anfängt zu regnen ist echt mal was anderes Starland aber gut sieht hier echt so ein bisschen abgewandt aus ja wo ist ne Insel klingt ja nicht so fett ne das Insel ist ja eigentlich das hat ja ein Kontinent das spielt übrigens auch ein Teil von äh also ein ich glaub das ist aber einer den schon den gehen wir aus dem Weg der ist giftig der ist giftig auch gut ne ähm da spielt auch ein andere modifikation ich weiß ich glaube das ist für morrowind das ist schon rausgekommen ist nicht ganz so fett von äh vom näheren Entwicklerteam und könnt ihr euch auch mal angucken ich glaub die heißt sogar Akvent ich weiß aber nicht genau ich glaube da könnte sogar alles noch intakt sein andererseits wenn die Insel schrott ist ich weiß das ist nur ca 20 ja geiler scheiß äh ich will hier noch mehr Oblivion als alle anderen mit davon total geile Welt weiter wieder reinlaufen desto kaputter ist alles und die Bäume sehen mir auch nicht so ganz normal aus hm Geister was ist da los was ist da los gute Geister 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 Hektoplasma Hektoplasma wo ist denn die Kim ah die ploppte sich einfach nur im Geistern glaub ich ja sieht aber auch ziemlich tot aus ohhh hab ich da jetzt bock drauf ey hab ich da jetzt bock drauf nochmal so einen Moment Lichtfunk gehört so ist das ok jetzt ist die Hauptstadt da nein aber wir laufen gerade ziemlich schnell ich hoffe mal die Hauptstadt ist nicht ganz so durch aber ich hab schon was Oblivion mäßiges erwartet gut Leute ähm wir sehen uns dann im nächsten Part wenn wir wirklich noch Stormwind kommen in die Stadt ja Leute bis dahin man sieht sich ja ja wir können ja die